Wiesenhof-Experten-Tippspiel Hallo, herzlich willkommen. Mein Name ist Sebastian Südkamp. Ich tippe heute den sechsten Spieltag im Wiesenhof-Experten-Tippspiel. Fangen wir gleich mal an mit der ersten Begegnung. Bremerhaven gegen Ehingen. Klarer Sieg für die Eisbären aus Bremerhaven. 78 zu 53. Nächste Partie. Phönixhagen gegen die Kirchheim Knights. Das wird ein knappes Ding. Highscoring-Game. 90 zu 91. Jena gegen Paderborn. Klares Ding für das Heimteam. 103 zu 86. Die Weha Panthers Schwenningen gegen VfL Sparkassenstars Bochum. Mein Tipp, Auswärtssieg für die Bochumer. 69 zu 72. Die nächste Begegnung. Adland Dragons gegen Römerstrom Gladiators Trier. Auch ein knappes Ding. Lowscoring-Game. 55 zu 60 für die Trierer. Itzio Eagles gegen die PSK Karlsruhe Lions. Heimerfolg für Itzio. 73 zu 60. Die Tigers Tübingen gegen Bayer Giants Leverkusen. Overtime-Erfolg für die Tübinger. 80 zu 70. Nach Verlängerung. Und zuletzt unser Spiel Rasterfechter gegen die Nürnberg Falcons. Wir werden es schaffen. Wir werden den ersten Sieg holen. 90 zu 81. Das waren meine Tipps beim Wiesenhof Experten-Tipp. Ich wünsche euch noch ein schönes Wochenende. Bis dann!